Weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy 6. Ja, wir waren hier in der Stadt Kozu zuletzt gewesen. Beziehungsweise wir sind hier immer noch. Der zweite Uhrzeuge muss auf 30 stehen. Ach ja, hm. Ruhe und Sache. Das wird hier sowieso ein bisschen lustig werden. Ah, hier. Hier war ich glaube schon. Auch hier. Das. Was? Ha! Du du du! Das fängt ja mal wieder gut an. An dran... ...loch nicht... ...das ist jetzt... Ich habe eine Minute verraten von nur so was eigentlich. Ja. Im Henze könnte ich wissen... Das ist so süß. Was für ein Entebauer ist das? Was könnte man jetzt zu Toto sagen? Außer dass es im Grunde genommen eine Stadt der Diebe ist. Also Locke würde sich hier nicht wohlfühlen. Habe ich gerade richtig gesehen, dass um die 3000 noch was Gold geklaut hat? Diese Stücke hat sie... Los Siren! Schnäpfel wieder! Ja, wie viel Spaß war denn? Ich habe gerade bekommen Level 1. Ja, vierter Höhe! Ich habe eben so 4000 bekommen. Da freut man sich auch sehr so. Taktur? Da freut man sich auf jeden Fall so verrastet. So hoch hoch. Da freut man sich dann... Hey, ich habe 4000 Gold gekriegt! Ach, das ist das Gold, das hat mir so klein tritt. Und dann habe ich noch neue Fähigkeiten bekommen. Und dann habe ich noch neue Fähigkeiten bekommen. Mit der Schuf... Die Schweinbacker haben mich unter den geklaut. Die Schweinbacker haben mich unter den geklaut. Die schuf... Die Flüssige ist wahrscheinlich nicht einfach so. Ich habe auch schon die Flüssige zu machen. Und dann haben wir eigentlich noch schon mal für die... Die Flüssige ist einfach so. Und dann haben wir es hier eigentlich... Nein... 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 Ich brauch ungerdings andere heilen Tore. Heilt alles außer Zombie! Das könnte man mal bei verwundenen versuchen! Ja das ist die... äh das ist der Mist! Ja... Das darf ich jedenfalls lustig sein. Ich weiß nicht, was ich mir damit gedacht habe, um dieses Spiel auszusehen. Wenn ich nur genommen werde, ist es immer noch mal ein bisschen schwer. Aber es macht fun! Das sehe ich schon wieder. Es ist schon wieder so ein sinnreicher Part, wo ich zumindest nichts wieder meine Hände habe. Aufgrund der vielen Kämpfe! Das war's für mich! Das war's für mich! Tolle Leute hier. Tolle Leute hier. So gut. Oh, das war's. 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 Oh. Oh, das war's. Oh, das war's. So, jetzt ist es schon zwölf. Lasst euch nicht beirren. Die Zeit ist nämlich fast acht Minuten. Volle Idee, da ist es einfach. Immer schön. Bitte. Lange haben wir uns aber recht. Ja, nicht. Was man will. Liebe Zuschauer. So was, was lustig ist. Schöne andere Sachen, mein Heil. Das kann man auch nicht verwendet werden. Das wird doch ein Ziel interessiert. Oh, das ist hier drin. Der ist Schango nicht gerade in Sichtbar zu sein. Gegen einen Link kommt der Tropfen wieder. Oh, was gibt's hier? Oh, was gibt's hier? Meine Nase juckt. Das ist nicht gut, ich muss gleich rüsen. Ach doch. Und schon ist es, dass es schon so weit ist, sich zu verabschieden. Also, ja. Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Let's Play. Bloodlings of B meldet sich hier und hoffentlich gleich nach dem Kampf ansitzen. Weil ich jetzt das hier und gleich so schnell habe. Ach, ich will hier noch raus. Ja! Schön! Ja! 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 Ich bin ja das nicht auf der Gut. Ja!